Heute zeige ich euch einen XP-Glitch, mit dem ihr 100.000 XP in einer Minute machen könnt. Geht in den Kreativmodus zu diesen beiden Portalen. Die sind links von dem Ort Abwechslung. Im linken Portal tragt ihr dann diesen Code und im rechten Portal diesen Code ein. Geht anschließend in das linke Portal, lauft bis nach hinten rechts und nehmt euch einmal diese Trickplatte mit. Dann nehmt ihr euch noch diese Münze mit und geht anschließend in den Rift vor euch, wo God Mode steht. Du solltest jetzt wieder im Kreativmodus spawnen. Lauf wieder zu den beiden Portalen, orientier dich am rechten. Mach einen Doppelsprung und halte anschließend den Sprungknopf für 5-6 Sekunden gedrückt und fliege anschließend geradeaus. Das machst du für 10-15 Sekunden und dann solltest du diese Insel sehen. Fliege nun zu dieser Box in den Rift, um eine Bauerlaubnis auf dieser Map zu bekommen. Fliege erneut zu dieser Box, genau zu dieser Wand, die ich hier jetzt gerade markiere. Nun platziert ihr die Trickplatte, die ihr vorher mitgenommen habt. Es wird ein bisschen spacken, ihr werdet sie nicht sehen, aber es wird funktionieren. Fliegt hoch und fliegt auf der anderen Seite dann wieder runter. Nicht so besoffen, wie ich das gerade mache. Dann baut ihr einen Boden genau unter euch, dreht euch leicht und macht eine Schräge und baut anschließend einen Boden, bis ihr am Rande der Zone seid. Wenn ihr dort dann angekommen seid, macht ihr einen Doppelsprung, um aus dem GOP-Modus rauszukommen, geht einen Schritt zurück und macht einen Mode eurer Wahl. Ihr seht jetzt die ganzen Münzen und Trickplatten spawnen. Drückt nun Start und macht einen Respawn. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, erneut unter Start das Spiel zu starten. Macht auch das. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, solltet ihr jetzt in dieser Box spawnen. Lauft hier nach hinten rechts und holt euch Splashes, um gleich in der Zone zu überleben. Wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr zu dieser Wand, die nach wie vor markiert ist, wenn ihr es richtig gemacht habt. Lauft einfach dagegen, ihr merkt, die bricht langsam auseinander und ihr könnt raus. Benutzt nun eure Splashes, um in der Zone zu überleben und anschließend die Münzen einzusammeln. Respawnt jetzt einfach, damit ihr wieder in der Box seid. Lauft nun einfach geradezu bis zur hintersten Ecke und dort ist dieser kleine Schalter. Ihr habt nun eine Million Münzen und könnt diese dort ausgeben, solange wie ihr wollt. Ihr bekommt jetzt 100.000 Erfahrungspunkte in einer Minute und anschließend immer wieder weiter Erfahrungspunkte. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Glitch helfen. Viel Spaß mit dem neuen Battle Pass und gönnt euch eure Belohnung. Macht das Plus weg und lasst ein Herz da, um nichts mehr von diesen Glitches und Tricks zu verpassen.